Nimm mal so ein Ding ein, hier. Hä? Was ist denn denn? Ah, oh, oh, er hat ja doch... Ach, jetzt muss ich mich voll übersehen. Dann kann er das ja wieder haben. Was befehlt ihr? So, dreckig nach Möben, ey. Klass, das Vieh, irgendwo mal. Komplett. Schon früher mal das. So. Nein, da drauf. Komm, hauptsache es ist nicht schaden. Sehr schön. So, wenn nämlich alle auf eine gehen, läuft das doch. Ah, mein Gott, das ist egal. Ja, geht doch. Meine Güte. Puh. Das hatte gedauert. Habe ich Seife? Ich habe keine Seife, oder? Schade. Kann ich ihnen nicht mal... Ach, warum hat die denn so viel Schwede dabei? Warum sind die so schwer? Hm. Mach so, weil sie, hm. Ja, klar. Deswegen. Ähm. Ja. Ich muss das nicht mal heilen. Sonst geht sie gar nicht. So, haben die irgendwas besonderes dabei? Knauf. Hildersteine. Große Heiltrunk. Okay. Ah, sowas will ich sehen. Na? Na? Was soll das Tier? Die haben wir wieder sucht. Noch mal Heiltrinker. Äh. Du mal mit. Immerhin lohnt sich das, wenn man die das sucht. So. Na dann. Mal weitergehen. Am Möben-Nest. Drecksviecher. Ich hasse sie. Ach so. Wegen der Truhe sind wir jetzt hier runtergegangen. Na, das hat es hier gelohnt. So. Okay. Wir müssen hier noch zehnmal zehnmal zehnmal. Okay. Zeug, was ich nicht mitnehmen möchte. Mhm. Na ja. Gut. Okay. Hätten wir. Deswegen ist es erledigt. Also hätten wir hier gar nicht hintergemusst. Das wusste ich ja nicht. Ach so. Wir haben fünfmal unbedingt. Ja. Das wusste ich ja nicht. Ja. Ich hoffe, dass wir hier irgendwo irgendwo Eifen finden. Ich hoffe, dass wir hier irgendwo irgendwo Eifen finden. Ich will es nicht ganz stinken. Ja. Ich bin aber auch nur gekrackt, oder? Das ist so schlimm. Das heißt, sollten wir nicht mit Menschen reden, aber wo gehen wir hier Menschen bitte? Hm. Also von daher. Warum uns da keine Sorgen machen. Ich glaube ich. Die Partibute da. Mein Gott. Hauptsache, wir kommen vielleicht doch nochmal nach Morolosch. Da können wir sie einfach kaufen. Also wenn wir zurückkommen. Falls wir zurückkommen. Dass wir da uns auf jeden Fall wieder normal machen. Okay. Was passiert jetzt? Was ist denn da los? Was war denn das? Bitteschön. Das waren diese Gräume oder was? Seltsame Erscheinungen. Aha. Verdammt. Häh. 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 So bin ich denn auf dem richtigen Weg? Richtiger... richtiger Weg? Ja, ja, aber er hat alles verstreut, jedes Teil woanders. Aufhalten will er dich. Wer, von wem erest du und was hat er verteilt? Der Schlüssel. Er hat sie tiefer morgen, auf das niemand seinen Schatz erlage. Den Schlüssel für die anderen Rundtüren? Ich werde sie finden. Weißt du mehr über den Schatz? Und wer ist er? Der Schatz. Er bewacht ihn. Er trägt an allem Schuld. Er ist der Schlimmste. Alle dieser kleinen Scheu ist einer. Wer denn? Danke für die vielen Informationen. Hier geht's weiter und auch da oben. Ach du heilige Kacke. Ja, wir gehen jetzt mal nach oben. Obwohl da unten wäre schlauer. Weil unten ist immer alles verborgen. Aber gut. Wir wollen alle Wege gehen. Ich meine, ich muss ja nicht scheißen. Klar, ich schau zum Unten. Mö, mö, nein. Wir gehen unten. Ich mag die Viecher nicht. Das heißt, ich renne jetzt nicht extra noch auf die zu. An derseits, wenn du so viele schöne Heilträger haben. Sonst wäre vielleicht doch. Aber wir gehen jetzt mal nach unten. Dann gehen wir jetzt halt hier hin. Wir müssen wahrscheinlich eh den ganzen Weg zurückrennen. Also von daher. Können wir da noch einen Abstechen nach oben machen. Ich könnte wetten, die uns sind auch am Böben. Bestimmt. Oder Wühlschrate. Ähm. Ein Schwerk. Ein Wort. Bei Angro. Bei Rondra. Mach noch nie immer. Erstmal an auf einen. Ja. Alla. Ja. Alla. Okay. Viele Lebensenergie haben sie ja gar nicht. Ich hab mir aber... Oh, okay. Es sind noch vier Stück, ne? Ähm. Ich versuch mein Bestes. Für Ardo. Zur Stelle. Halbkreis bilden. Sarahana Ariona. Ach du Kragel, die Scheiße sind das viele. Sind doch massig. Auch da ist ausgeliefertig. Aber die Heils wegst dich. Da freu ich mir. Was befehlst du? Ah, die haben halt auch viele. Ich hab's nicht mehr gesehen, ne? Nein, das sehe ich nicht mehr. Ich hab's nicht mehr gesehen, ne? Oh, der ist doch. Auch ganz langsam nur. Ach, das gibt's ja nicht. Bringt das Mistfüh. Treffen aber sehr selten. Ich hab's nicht mehr gesehen. So, bitte schön. Was haben die denn so dabei? Gar nichts. Kann ich gar nichts suchen. Na gut. Gehen wir mal vorsichtig an der Falle vorbei. Wir müssen ja nicht reintreten. Verdammt. Ich wusste es. Ich sollte eher warten, bevor wir weitergehen. Naja, fünfmal. Ähm. Und entgiften uns. So. Okay. Dann mal weiter. Mach ich hier gar nichts. Ah, doch. Äh. Hinter uns sind was. Feuergeister. Schlecht. Da brauch ich gar nicht mit Feuer ankommen. Lass das mal vor, Grimm machen. Formation. Wie haben die denn? 150. Okay. Die sind stark. Und machen natürlich viel mit Feuer. Ähm. Ich will das mal ausprobieren. Äh. Wie können wir denn das nicht machen? Ach, dann nicht. Ach so, wir müssen auf den Boden klicken. Okay. Äh. Vorrücken. Du kannst mal. Ja. Das ist der Burner. Aha Burner. Ich lass dich. Ähm. 3 da. Die sind schon alle ganz schön runder, aber... Ach. Ich wirst doch mal. Okay. Siehst du. Wow. Was wird dir denn noch, wenn sie sterben? Ist ja Hammad. Das hätte ich ja nicht wissen. Oh. Ich mag sie nicht. Ich hab die jetzt jedes Mal... Na ja. Das gibt's nicht. Wir haben ja immer nicht. Ich versuch mein Bestes. Gut. So. Die anderen beiden, die hat's erwischt. Das ist scheiß Feuer. Aber ich will sie auch nicht mehr die ganze Brandzeit brauchen. Ne? Sanja. So. Dann heil mal. So. Gut. Dann nehmen wir das Ding mal mit, ne? Ja. Ah. Bleibt doch. So. Wollen wir den Abölben noch einen Besuch abstatten? Ich glaub's ja nicht, ne? Was für ein viel wertvolles Zeug man hier findet. Das ist schon nicht geil, aber... Nein. Ich nehm's nicht mit. Ich lass mich jetzt nicht verleiten. Machen wir den ganzen Sinn mit Haar voller Schrott. Ähm. Wir könnten ja mal das da tun. So. Da geht's ein bisschen schneller hier. So. Viel besser. So. Also. Besuchen wir die Abölben noch. Holen wir uns noch ein paar Heiltränke. Wenn sie welche haben. Und diesmal machen wir alles richtig. So. Armatrotz. Armatrotz. Und dann auf jeden Fall noch so Vieh. Das hilft ja doch ein bisschen. Okay. Wie jetzt? Was kommst du denn her? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf Stück nochmal. Ah. Nein. Hier auf den Bären. Da drauf. Da drauf. Da drauf. Du hilfst dein Bärchen. Ah. Lustig. So. Zack. Wieder fünfzig, ne? Warte mal. Nie, die Fallen rennen. Ich sag's noch. Meint ihr? Zwei Ränder. Recht ihren Widerstand. Ein. Das ist immer ein bisschen Halbkreis wieder. Bei Rondra. Für Rondra und Farmanoa. Ach man, wie sind die Treffen der Mistviecher? Ja, den kann ja nicht ausweichen. So, Patentma. Mistviecher. Nur im Weg stehen sie. So, dann müssen wir mal ganz kurz meine Astralenergie nachladen lassen, weil ich will da oben auf der Möben schon so einen geilen Feuerzauber machen. Speichern auf jeden Fall vorher. So, wie Wahnsinn, ne? Sprich, Freund. Yandra Aika. Einfach noch erreichen. So, wir machen natürlich jetzt schön alle auf eine wieder. Bei meiner Angst. Einkreisen. Okay, haben wir eine Aufgabe. Dann go, go. Scheiße, wie die Regel rinnt sie aber auch übelst schnell. Mag sie echt nicht. Wie sind's denn? Eins, zwei sind's. Okay, das geht ja nur. Zur Spreule. Information. Information. So, komm, macht sie noch alle hier. Das selber auf der nächsten eben. Wenn du willst. Aufgepasst. Und zack. Nice. Lief doch. Blattgold. Ne, will ich nicht. Oder hell dran. Da ist mir nicht. So, mitkommen. Lief ja besser als gedacht, Mensch. Aber wir speichern lieber nochmal. Ich könnte, wenn das um die Ecke nochmal was wie es steht. Ah, ne. Na, ich sag's doch. Ja, ist ja gut. Soll es mir herkommen. Eins, zwei. Okay. Kannst du vielleicht nur in der Zeit. Lass das mal vor Grimm machen. Für Ardol. So. Weil wir uns gleich mal hier. Recht ihren Widerstand. Boah, die Lieder. Weil weniger Ich da�f. Das nochmal vor Niimann. Wiegele.